Kommt der jetzt auf? Da passiert nichts. Kommt die auf? Bin ich im Fernsehen? Die leuchtet ja. Weil sich da unten nichts bewegt. Na gut, das wird schon passen. So, machen wir mal Rundgang hier. Meine Damen und Herren. Wir haben hier ein paar Fans dabei. Zuschauer. Zuschauerfans. Fans von Zuschauern. Ich sag mal Hallo. Hallo. Das sind vier Leute. Wir sind hier. Ähm. Im Item Shop. In München. Und ich bin da jetzt schon viel Geld los geworden. Ähm. Ich wollte einfach mal ein bisschen rumgehen. Hier sind übrigens noch mehr Leute. Hallo. Hallo. Oh, und ich bin auch da. Ich sag nur nochmal Hallo. Dann sieht das aus, als ob wir eine Gemeinschaft reden. Hallo. Jetzt nochmal. Jetzt sagt ihr auch nochmal Hallo. 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 Das ist hier so ein bisschen aufgespüttelt alles, ne? Die Gruppe ist zu groß. Ich muss auch geteilt werden. Jedenfalls sind wir hier im Item Shop in München. Und ich bin hier rein und mein Geldbeutel musste ein bisschen weinen. Dann muss man so, hier gibt's alle möglichen Stuff. Für die, für die My Little Pony Leute. Äh. Gibt's ja alle möglichen Ponys. Und man hat eben so die ganze Zeit ein bisschen mein Handy in der Kamera gesehen. Das ist quasi jetzt wie ein First Person Shooter gerade. Mit Handy. Okay. Ähm. Muss ich sagen, ist ein ziemlich geiler Laden. Soweit. Ähm. Allen möglichen Stuff. Furchtbar nerdig das Ganze. Und. Wenn man mit offenem Geldbeutel hier reingeht. Sag ich gleich schon. Wird man danach nicht mehr öffnen möchten. Wollen. Tun. Ähm. Ich werd vielleicht von dem Zeug, das ich geholt hab, ein Unboxing machen. Ja. Vielleicht. Ja. Was sagt ihr dazu? Ja. 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 Es steht dazu. Unboxing. Natürlich. Von was? Von dem Stuff da. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh. Und. Ja. Ziemlich cooler Laden. Wir haben hier äh. Ein Pferd ist auch zu Gast. Was sagen sie denn dazu? Hervorragend. Hervorragend. Ja. Du musst dich jetzt verabschieden. Ich muss wieder zurück. Du musst dich verabschieden? Ja. Du darfst mal Tschüss sagen. Tschüss. Liebe Leute. War schön mit dir. Ja. War auf jeden Fall sehr gefreut. Ja. Und äh. Vielleicht kommst du nochmal nach München dann. Ja auf jeden Fall. Wir machen hier nochmal eine coolere Aktion. Irgendwann. Ach. Eigentlich schon kann man doch gar nicht hoffen. Naja. Ich mein schon wir. Aber halt mit mehr Leuten. Tschüss. Tschüss. Tschau. Tschau. Hau rein. So. Hahaha. Ich darf durch. Vielen Dank. Hahaha. Hervorragend. Hervorragend. Das da hinten. Kann ich schon mal zeigen. Das würde nämlich auch. Den Yuga wahrscheinlich sehr interessieren. Aus unserem Kronk.de Team. Und ich hoffe mal das sieht man einigermaßen dann im Video. Denn das ist das erste Mal das ich so ein bisschen on tour bin. Wie der GoPro. Ich hoffe allgemein mal das man irgendwas versteht. Denn ich habe keine Ahnung wo das Mikrofon an dem Ding ist. Jedenfalls. Ähm. Gibt es hier irgendwie ein Arsch voll Doktor Who Zeug. Das ist voll viel Doktor Who Zeug. Das müsst ihr auch mal herkommen. Dann können wir hier ein bisschen Action zusammen machen. Das wäre voll geil. Ähm. Und ja. Ansonsten. Kleiner aber feiner Laden. Sehr viel viel Nerd Stuff. Man kann hier auf jeden Fall viel Geld loswerden. Und wir haben da so ein bisschen Fantreffen gemacht. Kann man sagen. Mit Leuten. War schon auf jeden Fall an den Taschen. Schaut euch mal die Taschen an. Voll gut. Voll geil. So. Hier sind die Taschen. Ich muss die ganze Zeit auf mein Handy Display gucken. Wahrscheinlich hört man mich gerade nicht mal. Weil ich soweit die Kamera weg habe. Aber naja. Und ähm. Echt coole Sache soweit. Muss ich mal sagen. Wir werden hier auf jeden Fall noch. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ein etwas größeres Fantreffen veranstalten. In nächster Zeit. Ähm. Es wird dann auf YouTube entsprechend auch angesagt. Nicht wahr. Liebe Leute. Natürlich. 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 Und ähm. Sobald. Ich nehme mich mal wieder so hin. Sieht man da heute? Ja. Jetzt sieht man euch. Auch ein bisschen krumm. So. Ähm. Sobald dann dann ein Termin steht. Was ich mit den netten Damen und Herren vom Item Shop abkläre. Wenn wir hier nochmal eine coole Reaktion starten. Und äh. Ja. Sag doch nochmal tschüss. 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 Ne. Ihr sollt nochmal tschüss sagen. Nochmal tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Wir sehen uns dann Leute. Tschüss.